Ja da wären wir wieder mal da mit unserem HHO. Jetzt habe ich da diese Zelle gut raus geputzt. Mal schauen was da gibt jetzt. Sollte eigentlich besser sein. Das ist jetzt aber nur mit normalem Wasser. Wie sieht das aus? Sieht sehr gut aus. Da ist auch kein Problem vom Erwärmen. Jetzt versuchen wir das ganze noch mal mit dem Elektrolyt.